Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown so... Hallo zusammen, ich bin's wieder, Nicole von Stamp Up Your Life. Vielleicht habt ihr gerade mein Video geguckt, wie man diese tollen kleinen Goodies oder Tischkärtchen bastelt. Und ich dachte mir, ich informiere euch nochmal schnell. Ich habe es im Video ja erzählt. Aber auch für die, die jetzt nicht so weit geguckt haben, ich habe Celebration oder ich habe Stampin' Up Geburtstag. Denn ich bin letztes Jahr am 3. Januar während der Celebration bei Stampin' Up als Demonstratorin angestiegen. Es war wirklich ein tolles Jahr. Ich habe total viele nette Leute kennengelernt. Ich habe alte Bekannte wiedergetroffen, die man eigentlich aus den Augen verloren hat. Ich war bei Onstage. Also das war ja ein Mega-Event. Also das werde ich auch mein ganzes Leben nicht vergessen. Habe dort auch ganz viele tolle, nette Leute kennengelernt. Und ja, man merkt eben schon, dass die Bastler finden sich irgendwie. Das ist so eine Gemeinschaft. Also ich bin wirklich dorthin und habe niemanden gekannt. Und als ich nach Hause kam, hatte ich echt Probleme, die Namen noch zusammen zu bekommen. Also ihr seht, Stampin' Up ist einfach toll. Nicht nur die Produkte sind toll, sondern auch die Gemeinschaft. Und ja, und weil ich eben Demo Geburtstag habe und ich wirklich auch viele Abonnenten hier auf YouTube dazu gewonnen habe, würde ich euch auch gern was schenken. Und zwar ist es ja so, wenn ihr aktuell ab einem Bestellwert von 60 Euro, egal aus welchem Katalog, ob das der Frühjahr-Sommer-Katalog ist oder der Hauptkatalog, auf einen Bestellwert von mindestens 60 Euro kommt, schenkt euch ja Stampin' Up aus dieser Broschüre einen Artikel. Den dürft ihr euch aussuchen, also was ihr gerne hättet. Und weil es so schön ist, Schenken toll ist und jeder gern Geschenke hat, habe ich mir überlegt, wenn ihr bei mir im Januar bestellt und einen Bestellwert von mindestens 60 Euro erreicht, schenke ich euch ein Stempelkissen eurer Wahl in einem Wert von 9 Euro dazu. Wenn ihr für 120 Euro bestellt, gibt es natürlich zwei Stempelkissen und so weiter. Und ja, das ist ja dann mal ein richtiger Mehrwert. Also nicht nur die Geschenke zur Celebration, sondern ich schenke euch auch was. Ja, vielleicht würdet ihr auch gern diese tolle Community Stampin' Up kennenlernen und wollt bei mir einsteigen. Gerade diese Tage ist jetzt eine junge Bastlerin bei mir eingestiegen, was mich total freut. Sie war auf meinem Workshop und hat sich am nächsten Tag entschieden, einzusteigen. Ja, während der Celebration wird auch das doppelt belohnt. Also ihr könnt euch Produkte im Wert von 230 Euro aussuchen und zahlt nur 129. Also hier ist Rechnen gefragt. Oder ihr nehmt Option 2 und kauft Artikel im Wert von 160 Euro. Ne, ihr bezahlt 160 Euro. Ihr sucht euch Artikel im Wert von 230 Euro aus und erhaltet zusätzlich noch die tolle Basteltasche. Ja, oder was sich auch rentiert, einfach eine Party ausrichten. Denn während der Celebration bekommt man richtig viel, nämlich ab 200 Euro 10% Shopping-Vorteil. Das sind dann 20 Euro. Und ihr bekommt 27 Euro Shopping-Vorteil ab einem Party-Umsatz von 275 Euro. Also es rendiert sich richtig. Vielleicht seid ihr hier aus meiner Gegend und würdet gerne auch meine Bastelparty ausrichten. Schreibt mich an, ruft mich an. Ja, und jetzt nicht vergessen, Geschenke, nicht nur von Stampin' Up!, sondern auch von mir. Schreibt mich an, ruft mich an, wenn ihr Informationen dazu wollt. Ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!